Viele Regisseure setzen die Nadel an, aber keiner trifft den Nerv. So wie dieser Film. Viele Autoren greifen zur Feder, aber nur wenige treffen den Nerv, so wie dieses Buch. Mein Name ist Joachim Fuchsberger. Ich habe 62 Filme gedreht und 9 Fernsehspiele. Mein Name ist Konrad Georg. Ich habe 5 Filme gedreht und 130 Fernsehspiele. Mein Name ist Horst Tappert. Ich habe 15 Filme gedreht und 80 Fernsehspiele. Aber nichts davon trifft den Nerv so wie dieser Film. Nein! Nein! Lass mich los! Ihr Dreckskerl! Die Idioten! Kommen Sie, Hendrix. Sie brauchen nur aus dem Fenster zu sehen. Im Grunde sind es herrliche kleine Bestien. Ich rate Ihnen eins. Nehmen Sie sich zusammen. Sonst erfährt noch die ganze Schule, was für ein Dreckskerl Sie sind. Sieben! Tage! Tage! Frist! Eins! Drei! Drei! Vier! Mit einem Tusch! Kora ist der Größte! Ich gratuliere Ihnen. Wozu? Kora, der ist weg! Du! Der ist weg! Diese alte Sau! Ich unterrichte Biologie und Chemie am Tage. Was die Schüler nachts dazu lernen, ist nicht mein Ressort. Ein feines Internat, dieses Internat. Ein vornehmes Internat vor allem, Herr Oberinspektor. Das ist kein Internat mehr, sondern ein Leichenschau. Fromm! Muss sie schick sein? Darf sie dick sein? Darf sie schwul sein? Darf Frau Muhl sein? Ich habe euch beobachtet. Was haben Sie denn gesehen, Frau Muhl? Wie wir uns geduscht haben? Aber... Aber damit machst du doch die Schüler verrückt! Also... Wann war Kurat das letzte Mal hier? Soll das etwa heißen, dass Sie mich verdächtigen, ihn umgebracht zu haben? Ich bin gespannt, was Sie mir jetzt für eine Antwort geben. Sieben! Sieben! Tage! Frist! Tage! Ich glaube, dass er tot ist. So tot wie Stallmann? Ja. Sieben! Tage! Tage! Vielen Dank.